so leute hier und herzlich willkommen zu einem video von mir und zu heute geht es um mal was anderes und zwar mein crew outfit und mein crew auto alle leute die meine crew sind die haben wir wahrscheinlich schon mitbekommen allgemein schon von anfang an halt es gab keine richtigen outfits oder halt oder autos allgemein oder irgendwas halt ein allgemeines so so also wenn ihr die crew beitreten wollt wenn ihr die der crew beitreten wollt könnt ihr gerne machen hängen ihr army offener beitritt schickt mir einfach ein fa ich lade euch einfach ein oder tritt einfach bei und ja leute so und zwar die autos das hier also wir sind immer ich habe es vergessen jetzt wie die hießen sichark oder so was schark egal wenn wir irgendein auto auf jeden fall jetzt muss ich das doch selber noch mal gucken wie es heißt und zwar euch um das euch jetzt auch erst mal zu zeigen so und zwar nike schaut genau das ist mein auto und von den zwei moderatoren beziehungsweise von mir sexy place und dann irgendein moderator halt so und von für euch für euch habe ich wieder so gedacht in searchend in der farbe schwarz ja also allgemein alles ist schwarz und halt ja also hauptsache searchend und schwarzes auto und es allgemein nur schwarz schwarz insertchen bitte und ja auf jeden fall schon heiß ist auf jeden fall ein recht neises auto hier schwinge panzert sieht nice aus von der gibt es natürlich auch die zwei also der ein für text und von dem moderator ist auch schwarz moderator mich halt noch suchen und ja also die erhalt der es möchte kann gerne sich dann noch im nächsten live stream also wahrscheinlich morgen oder so kann sich dann so ein ding kaufen aber bitte nur wenn wenn ich weiß ja wer und halt doch nur einer und der stelle sich dann quasi neben mich und dann begehe ich den streamen und dann machen wir sowas so dann machen wir unsere crew treffen morgen so nur zu den outfits bitte kauft euch ganz einfach das hier mit das hier so also ja ganz einfach schwere hose oder halt allgemein gibt es eigentlich überall im shop also überall halt in jedem kleidungsladen so gut wie ja was glaube ich hier wieder von der scheiße das ist auch wenn ich jetzt hier ein bisschen rumstögere oder so das ist abends und ich habe mir das ein bisschen früher überlegen sollen aber egal was hier seit abends nein so so es ist ja auch gerade drei uhr ja also stiefel diese hose hier bomberjacken bei nummer 57 was glaube ich jetzt diese jacke hier bitte auch anziehen und halt dort noch die maske auf jeden fall schon ehrenhaft und ja da wäre auf jeden fall schon heiß wenn ihr das so machen könntet alle leute die in der crew sind bitte genau das kaufen dieses outfit hier auto wie schon gesagt insurgent muss nicht getunt sein eigen hauptsache farbe schwarz und ja wir sehen uns auf jeden fall bis morgen haut rein ciao